Sieht das Auto recht gut aus, die Schwingen sind alles dran. Ich muss noch mal hoffen, dass am Motor hinten, ja so wie das dann sehen wir, vielleicht sogar nachher wieder. Start frei jetzt für die Jugendklasse. Jugendklasse über 75 PS. Ergebnis gleich rot. Das fing hier schon am Sprichentum an. Da haben sie sich schon. Scheidung, die Kick in die Kamera. So, dann schauen wir mal, ob das mit den letzten 5 Autos in der großen Jugendklasse noch vonstatten geht. In Führung Julian Ulbricht N82 vor der 27 Schirrung Nimmers. Willingsschritt verlässt sofort schon die Strecke an dem harten Kampf vorhin der 55 mit Fabian Hoogrewe. Jetzt sagen wir mal, der Kick in 82, Julian Ulbricht. Die Strecke an den Zugang gebracht. Nachhinein 42, Marvin Stützen. Die Strecke an den Zugang. Die Strecke an den Zugang! Die Strecke an den Zugang mit dem Zugang. Jetzt sagen wir mal, der Kick in 82,000-Jahr an den Zugang. So, Zielanlauf, ganz leicht zu spielen. Julian Ulbricht und dann noch der andere, da bin ich mal gespannt, was die Unleitung mit der Ferne akzeptieren wird. Jetzt findet er auf, hat auf jeden Fall noch einmal richtig durchgezogen. Wo ist die Kunde damals? Aber, 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 enorm zählt.